unter sofa aber das wird noch ein jetzt aber ist das schon wieder weggekriegt hallo zurück ja wie ihr hört und seht das ist programm und thema ja mein partner auch nicht mehr vorstellen nämlich kennt man schon der safe knack auf die bauen ja die gehofften selbst zu knacken mach hier frames rein der safe ist erstmal wichtiger wenn deine shotgun drin ist dann fühle ich mich viel wohler nein weiß ich noch nicht pistolenteile zwei von drei shotgun barrel also eigentlich interessantes zeug nur dass wir jetzt nichts damit anfangen können eigentlich interessantes zeug aber ja richtig wenn das aber nicht immer wäre so ich habe auch 15 frames habe ich noch holz muss ich jetzt umwandeln ja wie machen wir es war barriker dem man nur den raum hast du die unterste leiter schon entsorgt ja die unterste stufe habe ich entsorgt genau ja keine ahnung ich wollte erst mal die kiste haben dass wir hier mögen können erst mal das deutsch test genau ist gleich zwei jahre schaden würde ich wollte dass man deckel auf die leiter noch zusätzlich und dann sollten wir im raum in dem wir da hinten sind bei der boden sehr weich ist sollte man in der lage allerdings einziehen wenn wir uns hier nächtigen wollen bleiben wir nur für eine nacht oder bleiben ja 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 dann macht es jetzt bevor ich die kisten entstelle das weiß ich noch nicht ob wir länger bleiben das könnte nicht sagen vielleicht ist ja jeweils auch noch umgebung ich würde sagen wir benötigen erst mal noch jede menge material wir müssen ein bisschen kochen könnten wenig dauer ich habe schon erlebt dass uns den boden einhacken in diesen häusern doch das war alles was ich ein frames besessen habe ja pass auf ich habe hier kisten geschaffen der schild uns die vollpacken und lasst uns holz und stein et cetera an stadt bringt und wasser das war kochen können wasser ich habe jede menge leere gläser pass auf ich schmerz der erste ist die ernährungskiste ja wobei ja nicht so kann man nutzen als wach ich lege in die zweite kiste mal hier grad bretter holz und ich sehe mal zu dass ich irgendwie das glas noch vor die gläser noch gefüllt kriege bevor du los wenn es hier mit gläsern warte ich habe 30 stück dabei ja hätte ich dir nicht auch noch mitgegeben 30 stück aber ich kann ja nicht so sonderlich viel tragen ich will jetzt ja nur schnell gucken gibt es im pool im garten ja im garten gibt ist ein cooler was will ich denn mehr wenn ich ein wenig augenblick schon wieder zurück ein paar steine brauche an die blanke stein habe ich auch wenn fanny da unterwegs ist ich habe ich habe die rohne ich werde das noch zu schimpel den ich jetzt auf die schnelle nicht brauche wirklich sinnvoll hier verteilen werde ja das ist schrecklich ja ist wie eine solche jedenfalls hier überall rum aber schon frames reingesetzt sehr gut ja ja vorne hatte ich fragen ich würde ganz gerne wenn es ihm geht gerade noch die paar minuten zum toll sammeln ja ich habe die frames weg gemacht also falls er im haus besucht ist ich bin schuld ist sowieso immer schuld ja genau deswegen das ist ja schon gewohnt von daher dann sage ich überhaupt noch richtig hast du genug stein für feuer sonst für ein oder zwei feuer stellen aber bringt trotzdem welche mit schaden über welche drüber läuft sind wir gleich mit ja deswegen die liegen gerade in der bolzen herstellen überleben ja ich denke wir werden auf jeden fall ein paar tage hier drin erstmal nächtigen füchte auch schritte müssen der typ da kommt der dicke hoffe ich kriege den baum jetzt hier noch vorher weg geklopft bevor er mich an klopft wird eng bei denen doch erst mal hier ja jemand werden wir gleich wenn wir den boden umgezogen haben erstmal direkt die schlafsäcke da hinschmeißen und jetzt ja überlegt mal wie viel holz wir benötigen ich bin ja dafür dass wir auch damit weil das ist eine ganz schöne fläche wir müssen ja nicht in der ersten nacht alles zu haben sie können nicht hoch die dürfen uns nur nicht den boden einreißen auf dem wir stehen okay ist ein argument noch zweimal kaffee das ist schon mal gut ja halbe stunde habe ich jetzt sicher noch draußen zu zweifeln ob ich es ganz drauf anlegen und diese halbe stunde ausnutzen werde da bitte ich mir noch er hört hier ist action boah der will auch nicht jetzt sagen er will gar nicht kaputt gehen ich gucke jetzt gerade noch einmal um die ecke weiter ob hier noch ne ja wasserprobleme hatten wir erledigt durch die toilette oder den pool sonst wäre hier auch ein see der stadt so wie sieht es denn fleisch technisch aus bei dir haben wir genug zu essen der frisst mich arm der junge ja wir haben noch zweimal hase und sieben mal schwein werden oder 28 eier wenn man was haben kann man doch eier kochen ja du hast ja wasser besorgt die töpfe du kannst schon trocken ich hatte ich da er lernt schon rezepte ich höre es doch richtig aber leider nicht das was wir brauchen ich habe noch nicht ein rezept hier in der hand gehabt ich wollte jetzt auch die schneller auch nur noch gucken ob ich was zu essen ergatter so jetzt bewege ich falsche richtung aber es wird mir jetzt nur grundsätzlich habe ich noch deine wasserflaschen flaschen gefüllt das heißt können 60 mal wasser machen wir können die eier durchkochen und alles drum und dran wir kochen mal unser eier durch von anfang aber ja ich denke die küche dazu aber gelotet jetzt in der küche war ich jetzt gerade drin ja wir haben also einiges an dosenfutter das tue ich jetzt hier alles erstmal ich weiß was glaube ich die erste kiste für nahrung aber ich habe jetzt erst mal die zweite erwischt ja da geht schon wieder los hier nein ist kein thema ich glaube jetzt hier unten noch die zwei verschlagenen türen auf guck mal was ich da noch so auftreiben kann und dann bin ich auch gleich oben bei dir mit ein wenig holz wollte es reichen schlag schlag fester schlag sie ich freue mich an von anderen seiten ich bin immer noch mit so das schon mal geschafft ach ja alles nicht so einfach hier alles nicht so einfach da aber recht noch eine kleine zusätzliche ecke kann ich gleich schon mal jetzt bei feuerstellen bauen weil ich glaube zwei sind besser so viel wasser wie wir haben jetzt schon wieder in der tasche was ich nicht brauche da das denn hier hinten ist offen jetzt klingelt mal bei mir das telefon wie ihr seht ganz professionell ja ich mache mal eine klitzekleine pause ich bin sofort wieder da bis gleich ich ignoriere ihn einfach mal und baue weiter er steht ja hier noch so lieb rum so wir machen jetzt auf jeden fall erstmal den verschlag hier gerade fertig da können dann die zwei feuer ein camping feier ist drauf damit wir uns hier ein bisschen was kochen können damit erhöhen wir natürlich die chance deutlich dass hier gleich zum mit auftauchen ja genau meine folge geht jetzt weiter wurde gerade über informiert dass es gleich essen gibt na gut dem muss ich mich beugen sollte machen wir natürlich was fleißig wie sehr ja am rande ach so die kochböte bräuchte auch noch da sind sie durch stemmer gerade paar frames her brauchst du noch normales naturholz umbelassen weiß ich nicht könnte es mal noch ein bisschen was in die kiste legen vielleicht vorsichtshalber auch um meine jetzt soja ist welcher für vorgesehen das ist mir momentan noch egal ich werde mal ein paar frames machen weiter auszubauen so geht zumindest läuft jetzt erstmal 60 mal wasser durch das dauert circa zehn minuten und dann können wir anfangen hier auch was futtertechnisch auf die reihe zu kriegen dabei hast du noch holz in der tasche für eine tür ja ich habe noch holz weiter für euch gerade kein problem immer währenddessen die holz frame raus dass wir die tür dann auch reinkriegen mit dem boden sonst wird das ja nicht passen möchte das wird sich ein wenig länger gestalten wir die frame abzubauen warum machst du das warum sollte die tür da nicht reinpassen weil ich dachte wir sitzen überall frames vor ach so hier vor die wand aber das doch egal ja mir geht es mehr um den boden wenn die von unten anfangen die wände einzuschlagen dann hast du manchmal doch ist er im boden und dann bröckelt er weg ja das ist mir klar aber ich hätte jetzt hier überall frames gesetzt bist du verstehst können wir ja noch ja nee dann muss ja jetzt die tür wieder raus hämmern ja gar nicht machst du schon ich verstehe manchmal nicht ihr auch nicht aber so ist er halt ich kann jetzt problem zeigen so problem erkannt wird zu die stelle einfach offen gelassen da oder was richtig oder setzen in noch mal eine zweite tür lassen dann ein ergo sitzen noch mal eine zweite auf jeden fall machen wir die erstmal dicht hast du jetzt noch drei frames ich habe die drei frames ich hatte habe ich da eben hingesetzt aber ein paar kann ich noch herstellen macht man gerade drei stück würden es auf jeden fall hatte horde hörst du das wieder mehr deswegen würde ich sagen machen wir jetzt hier gerade noch im boden dicht und dann versuchen wir uns mal ein wenig stiller zu erhalten wobei hier fleißig im kochen mit hunden ja keine rolle ja ja draußen an der treppe habe ich kann auch noch eine falltür angebracht vor sich zahlbar ja das ist gut ich mache es uns mal ein bisschen schicker hier mal so was ist ja für mich immer feuer material das können wir nämlich stellt erstmal hier ein klar wie doch schon ganz gemütlich hier aus hatte hast du schick gemacht ja ne heuer richtig mühe gegeben jetzt nicht sagen müssen weg ja vorher wollte ich genau weg stehenden hinstellen na er will nicht jetzt woher da geht richtig wohl zum appell in hier ja schmeckt nur unter Sofa aber das wird noch nein, jetzt habe ich es doch schon wieder weggekriegt Mann, Mann ja, es wird fleißig lauter im Untergrund wir werden ja auch nicht leiser ach, man holt es alles ja, dann setzt man ja noch eine Tür ein und lasst uns an der Seite wieder die Öffnung wenn doch mal irgendwann den Zorn durch diese Tür kommen sollte dann können wir den abschießen, bevor der an die Haupttür geht ich habe da mal was hingeschmissen was essentiell wichtig ist, wie ich finde sehr schön, kann ich aber nicht aufnehmen ach, da ist ja ja, unser erstes Haus unsere erste Behausung hier ähm, bin gespannt wie sie morgen früh aussehen wird, nachdem die Horde hier fertig ist das ist dann ja auch immer so eine Sache richtig nehme an, sie wird sich stark von der jetzigen Form differenzieren das wird das ein oder andere Loch da unten in der Wand entstehen da kann man wovon ausgehen ja doch, aber was soll's genau kann man ja alles wieder flicken mit ein bisschen Spucke und ein Stück Holz geht ja alles da wird einiges ja, ich bin auf jeden Fall holzlos äh, ich habe dir doch was in die Kiste getan ja, gleich zumindest das Fleisch muss man ja noch gucken ich habe dir übrigens hier noch ein Buch in die Kiste getan keins was ich jetzt sehr positiv überraschen wird aber es ist ein Buch ok so, jetzt lege ich dir noch ein Repair Tool da rein so für den Fall der Fälle das habe ich schon naja, dann heben wir es erstmal auf für schlechte Zeiten ja, ich tausche, das meins ist eine Defekte, muss ich sagen wo tun wir denn Medizin und so ein Gedönsreihen ich weiß nicht habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht so, Alkohol und Kaffee lege ich jetzt erstmal auch in die Kiste aber die Kaffeebohnen sollten uns natürlich tun nichts aufheben ja, ja für die Kaffee-Großplantage gebe ich dir recht oh, da schreit schon wieder einer ja, ja, die geben mächtig Gast da unten ich habe übrigens, nur um das schon mal vorweg zu nehmen wenn wir dann, um dich vielleicht ein bisschen zu motivieren ich habe in dem Airdrop das Buch gefunden das uns erlaubt den Sledgehammer zu bauen oh, sehr geil, ja das heißt, wir brauchen nur noch eine Fernance und ein bisschen Metall und dann, ne, kann das rund gehen, ja ja, ihr kennt das, ne die Nachbarn toben und brüllen, es soll ruhiger werden und wir ignorieren es einfach ja klar, wir machen hier fleißig weiter auf Bali hast du aus dem einen Feuer schon das Wasser rausgenommen? ja eindeutig also nicht weggepackt kann ich dich beruhigen, ich habe es in der Tasche, alles gut ja, ich werde uns jetzt hier mal noch ein Fensterzimmer dass wir hier auch schon fleißig aufs Dach kommen um das ganze Areal von oben zu verteidigen äh, achso wahrscheinlich, glaube ich, hier direkt an der Stelle, wo der Schornstein ist und wie es ausschaut das ist gut möglich ich weiß noch nicht, wie das Haus hier gebaut ist ob der, ob die Kletterer hochkommen ist natürlich noch die Frage ich glaube, das Dach stand unwahr aber wir können ja eine Frameran reinsetzen ja, ich werde mit der Steinachse, die übrigens fast im Eimer ist ja, ich habe auch sämtliche Steine dafür verbraten ja, wird auch keine Steine mehr so im Repertoire ich habe noch zwölf kleine Steine muss meine Axte auch mal reparieren der macht was von Maun das was überbleibt ja, ja, ich tue jetzt 6 auf meine Axte und schmeiße die 6 hier ab hey, du sagst, du hast ja schon eine Sonnenbrille ja, habe ich unten gefunden ja, sehr gut ich habe aber auch ein bisschen Panik, muss ich zugeben ist ja gemeingefährlich an hier ja, da bist du aber nicht allein du ruhig mich auch ein wenig da die Gemäusekulisse ja, ein wenig ach so, hier die ganzen Eier kann ich mal ablegen ja, echt gute Hausumbau aber wirklich aber wir haben es geschafft wir haben das erste die erste Behausung am Start genau, wir sind zwar noch nicht ganz fertig wir müssen noch ein bisschen weiter zuzimmern aber grundlegend haben wir erstmal was wo wir schlafen, spawnen können wo ein bisschen Ausrüstung auf uns wartet ja wir sind endlich, endlich, endlich auf einem besseren Wege so sieht es aus was sagt denn die Zeit? 18 Minuten 30 ich denke, wenn wir uns jetzt hier ganz gemütlich verabschieden und unsere Hütte in Ruhe zu Ende zimmern dann wird uns das keiner übel nehmen ja, das hört sich da gut an so wird es gemacht ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht trotz diverser Pausen und einiger Probleme ja, wenn ihr mögt, schaltet wieder ein in der nächsten Folge 7 Days to Die bis dahin ja, haut rein und bis die Nächte genau Leute stay tuned und ne? bis demnächst ciao wisst du Untertitelung des ZDF, 2020